Wie geht es mit der Woche vorbei, wenn man so viel diskutiert über den Film, wie macht man es? Also das ist eigentlich das Schwierigste. Das Drehen ist das Leichteste. Es war ja immer bei den Dreharbeiten, muss ich sagen, es war ja sowas von schön. Also das war eine wahnsinnig schöne Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, weil man kommt ja auch nicht überall hin in Österreich, da haben wir vielleicht gewisse Gebiete. So wie es mir ging, dann bin ich zwanzig mal nach Kirchberg gefahren, in Tirol zum Skifahren. Und so kommt man halt durch alle Sachen durch und auch durch Sachen, wo der Tourist manchmal überhaupt nicht hinkommt. Und das war das Schöne. Und wir haben immer wahnsinnig Österreicher. Die Menschen waren alle super zu uns, sind alle ein bisschen, geht ein bisschen anders, wird bei uns. Die sind so bürokratisch, da haben alle ein bisschen Schalke in die Arme und so. Das geht schon, mach es einfach. Also das hat uns sehr geholfen dabei und war sehr angenehm. Wie ist der Film überhaupt in Österreich so angekommen? Der Film ist in Österreich sehr gut angekommen. Wir haben am 28. Jahrhundert die Weltuhrer Aufführung gehabt in Wien. Jetzt feiert. Mit 700 Leuten und der Film hat innerhalb von, ich weiß nicht, wo jetzt steht, aber der Film hat innerhalb von sechs Wochen ungefähr 70.000 Besucher gehabt. Das heißt, mal 10 in Deutschland. Also Österreich am Deutschland ist immer 1 zu 10. Von 8 Millionen Einwohner zu 80 Millionen. Also immer, wenn ich 100.000 Besucher in Österreich habe, habe ich in Deutschland 1 Million gemacht. Und vor allen Dingen, also der Geld schon wieder rein, aber es dauert halt ein bisschen, weil die DVDs liegen dann in Schönbrunn, die liegen ja überall genauso wie bei uns, Neuschwanstein oder irgendwie, Herrn Chiemsee, wo dann die DVDs zu verkaufen sind, für die Japaner und für die Amerikaner und was sonst. Also das ist halt das andere Geschäft. Der Film hat ja gewissen, wie hat das gekostet? Der Film hat kostet ungefähr zwischen 450.000 und 500.000. Hat das gekostet. Das war billig. War sehr billig, weil wir haben alle, also so, er hat uns ein bisschen in der Hand gehabt, weil er gemerkt hat, uns gefällt das Ganze. Und da haben wir gesagt, weil uns das gefällt, verlangen wir halt nicht die üblichen Gagen und weil wir gewusst haben, dass er nicht gefällt ergangen ist. Das war eigentlich so der Hauptpunkt, wo man gesagt hat, jetzt geht das Risiko ein und jetzt sind wir dabei. Wann sind Ihnen am besten in Österreich gefällt? Ja, das kann ich nicht sagen, weil der Wein war überall gut. Also, ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht, welches dem wirklich bevorzugen würde. Und, ja, da kann man, also ich kann es wirklich nicht sagen, weil jedes Bundesland hat was eigenes, das hat man ja Niederösterreich oder Urwo-Österreicher gesagt, wo man kennt Tirol, man kennt das Salzburger Land, man kennt Wien, man kennt schon weniger den Neusiedler See, man kennt weniger Vorarlberg, also, aber ich könnte jetzt kein Land, weil diese Länge oder Breite vom Neusiedler See bis nach Vorarlberg, bis Bregenz, die haben ungeheure Sachen. Ich habe natürlich in Österreich, musste ich mir sagen, war da oft, ich war in Linz, ich war in Salzburg auch, auf Kinotour, und da musste ich mir sagen, weil da haben sie mich gefragt, die wussten ja, das war mein größtes Übel, dass ein Bayer den Österreich-Film macht. Und das habe ich natürlich, aber da kam nie eine Klage, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war immer, was? Sie haben sich überall reingeregt, haben sie euch nicht, die Österreich-Film macht. Nein, null, weil der Spieß hat das gezahlt und wir haben uns auch nicht reingelassen. Also kaum kein Wirtschaftsministerium oder Tourismusverbände, die gesagt haben, wir konnten machen, was wir wollen. Also abgesprochen mit den Produzenten, mit den Leuten, die heute zuständig waren. Und dann habe ich ja immer in Österreich, muss ich dann, habe ich natürlich gesagt, weil sie mich gefragt haben, ja was, Sie sind doch Bayern. Was ist denn in China? Bayern oder Österreich? Also verzeiht es mir, ihr Bleiter, ich war so falsch und habe gesagt Österreich. Aber mit zwinkendem Auge. Also ich habe es schon gemerkt, so und so, aber man kann das nicht vergleichen. Weil es ist, also es ist beides wahnsinnig schön. Wir haben eigentlich noch mehr, als wir haben. Wie war es denn? Ich glaube wieder. Alexa. Die Alexa, gelauert, danke. Wer war das? Ah, der Paul, der kennt sich aus. Die Alexa und die Amira. Und die sind eine hochwertige Kammer, die kostet, wenn man das ganze Ding hat, mit Optiken, kostet 500.000 Euro. Und die versucht man jetzt in die Cineflex, in die Hubschrauber, einzubauen. Da ist gerade der Bay, der Neuseenländer, der die großen Filme gemacht hat. Paul, ich habe die heute schon mal gefragt, ich weiß schon immer. Die großen Filme, aus Neuseeland, die Hoppitz und noch den anderen, Herr der Ringe, jetzt auch. Und der, der hat sich jetzt darum gekümmert, um die Einbauten dieser, dieser Kamera und so. Was nutzt du aber das, wenn man das dann nicht kopieren kann? Nein, das muss man nicht mehr kopieren. Man hat ja Chips in der Kamera. Das ist alles digital. Ach, das ist Elektron. Und jetzt kostet es nichts, wenn es zu viel verfließt, dann kostet es nur die Flugstunde, sondern teurer. Also das Filmmaterial. Ist das jetzt besser oder schlechter? Nein, die, sagen wir mal so, die Sehgewohnheiten, Kino, also man hat ja immer, im Kino hat man immer ein bisschen so dieses kleines Grieseln und die war ein bisschen lebendig. Wenn ich halt im Fernsehen reinschaue, 4K schon oder wer immer, wo alles so gestochen scharf ist, dass du ja jedes Ding da siehst, und so, finde ich gar nicht so gut, aber die Leute wohnen sich halt dran. Also Kino hat mehr, mit Filmen, finde ich, mehr gelebt. Gut, der Zuschauer wird es jetzt nicht so mitkriegen, aber ich finde schon, dass es mehr gelebt hat. Aber es ist natürlich, technisch kannst du nie, musst du da mitgehen.